Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Beruf, Berufung, Oktober 2017 Es gibt ein Energiefeld, was uns hilft, beruflich orientieren, beruflich etwas verbessern oder verändern. Dieser Energiefeld ändert sich Tag zu Tag. Ich könnte natürlich das jeden Tag vermitteln. Ich mache auch solche Aufnahmen immer wieder mal. Aber dieses Energiefeld wirkt bei jedem anderes. Für die eine ist ein Vorteil und eine Verbesserung beruflich, für die andere ist ein Nachteil. Also es ist wichtig, sehr wichtig sogar, das persönlich vermitteln, maßgeschnitten, anfertigen bzw. berechnen. Diese Art von Rat, diese Art von Beratung nenne ich als Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung und was kostet das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein E-Mail-Adresse. Bitte dazu schreiben Beruf Oktober 2017. Ich benötige noch dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Das Ganze kostet 10 Euro. Ich werde persönlich die E-Mail beantworten, blitzschnell. Und ich vermittle die günstigen Tage, wann können Sie Ihre berufliche Situation verbessern oder beruflich verändern. Und ein guter Rat, auch beruflich, ist natürlich Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.